Bremen 1, die Chronik. 19. August 1968. Heute vor 50 Jahren starb der russische Physiker George Anthony Gammov, einer der Pioniere der Urknalltheorie. Peter Mayer-Hüsing. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Physiker und Kosmologe populärwissenschaftliche Bestseller schreibt. George Gammov gelang das mehrfach. Als sich die Fachwelt noch über die Natur des Urknalls stritt, brachte Gammov Anfang der 50er Jahre dem breiten Publikum diese revolutionären Ideen über die »Geburt des Alls«, so sein Buchtitel, nahe. Das große Gedränge zur Frühzeit unseres Universums war eine Folge eines Zusammenbruchs in noch früherer Zeit. Und die gegenwärtige Expansion ist bloß eine elastische Rückwirkung, die einsetzte, als die Dichte des Zusammendrückens ihr Höchstmaß erreicht hatte. Gammov selbst wurde oft als »Vater des Urknalls« tituliert, eine vielleicht etwas zu gewichtige Bürde. Aber seine Arbeiten erklären den Ursprung der ersten chemischen Elemente im sehr jungen Universum. Und er sagte lange vor ihrer Entdeckung die kosmische Hintergrundstrahlung voraus, sozusagen das Echo des Urknalls und Beweis, dass es ihn gab. Als Georgi Gammov 1904 in Odessa geboren, wurde der äußerst begabte Physiker mit 28 jüngstes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Doch Stalins Diktatur ließ ihm immer weniger Freiheit zu forschen. Ein Fluchtversuch Richtung Norwegen scheiterte. Beim zweiten versuchte er mit seiner Frau im Faltboot über das Schwarze Meer zu entkommen. Sie kamen vielleicht 20 Meilen hinaus. Sturm kam auf. Und als sie wieder Land erreichten, glaubten sie erst in der Türkei zu sein. Aber sie waren nur wenige Meilen von ihrem Startpunkt entfernt. So berichtet Gammovs Sohn Igor. Der sowjetische Geheimdienst erfuhr zum Glück nichts vom Fluchtversuch, sodass man Gammov 1932 zu einer Physikertagung nach Brüssel ausreisen ließ mit seiner Frau. Sie sollten nie zurückkehren. Aus Georgi wurde in den USA George und bald einer der führenden Kosmologen weltweit. Und er inspirierte viele, es ihm nachzutun, sagt Sohn Igor, selbst Wissenschaftler. Oft haben mich Kollegen, die hier vorbeikommen, gefragt, ob ich der Sohn von George Gammov sei. Und dann sagten sie, dass sie Wissenschaftler geworden sind, weil einst seine Bücher sie so begeistert hatten. Der leidenschaftliche Wissenschaftler George Gammov liegt begraben bei Boulder, Colorado, mit Blick auf die Rocky Mountains, deren Gipfel er so gerne bestieg. Dort ist er gestorben, heute vor 50 Jahren. Bremen 1 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 Bremen 1